Ist schon ein bisschen leer hier alles, ne? Da unten, oder? Irgendwie unten, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da schon wieder runterkommen soll. Ich kapiere es nicht. Unten. Aber wie komme ich denn runter? Gibt es hier noch eine Treppe nach unten, oder? Sorry. Das ist ja verrückt. Ja, hauptsache ich kann schwimmen mit dem Turm weiter, ne? Boah, ich liebe ja diese Lichteffekte. Das Wasser ist jetzt nicht so geil, aber die Lichteffekte sind mega. Dann gehen wir mal hier rüber und schauen mal, wo der andere Officer ist. Okay, das geht mir mal. Okay. Okay, let's raten. Hey, don't mess up the jumps service. Hosted's at me. Sitters, did you see something? Ich hab doch gar nicht skummert. Ich hab ihn eingesperrt. Mist. Jetzt hab ich beide eingeklemmt. Ich hab ihn gehofft. So, einmal die Falle scharf gemacht. So, einmal die Falle scharf. So, einmal die Falle scharf. Okay, ich muss hier wahrscheinlich einfach nur wieder raus, ne? Ich denke, ich muss hier einfach nur wieder raus. Oh, Donuts. Oh, man hat hier so einen Punkt über dem Kopf. Ah, okay. Vielleicht die Aufmerksamkeit. Das ist ja wie mit dem Hitler-Sohn. Okay, da will ich jetzt einmal hin. Und ich will einen anderen Hut. Ich will doch nur einen anderen Hut. Und ich komme hier halt wieder nicht rein, ne? Beziehungsweise sind die Geschäfte jetzt geschlossen? Weil zu spät? Oder... Ich glaube, das bringt nichts. Ähm, so. Ah, okay. Oh. Oh. Das sind die, wo dann bestimmte Leute noch was machen können. Was ist das? Was ist das? Oh. 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 Und dann schauen wir mal, dass wir Jack finden. War das gerade Blut? War das gerade Blut, war das Blut, war das Blut, war das Blut. War das Blut, war das Blut, war das Blut, war das Blut. War das Blut, war das Blut, war das Blut, war das Blut. War das Blut, war das Blut. War das Blut, war das Blut. Oh, egg, bacon, sausages, beans, and toast. Sausage roll, bacon roll, egg, bacon roll. What do you mean? Albion lockt up someone who's real close to me. That's why I'm doing all this. As long as Albion's got my mate, they're in danger. And releasing these logs would only make that shit worse. Perfect. Getting people away from the hands of Albion is one of our special powers. Cheers, bruv. Do me a solid and I'll repay you sometime. Hm. Haben wir ihn jetzt rekrutiert? I found the facility where our prospect's friend is being held. Send me this location. Nee, haben wir noch nicht. Wir sollen seine Freundin retten. Okay, wie weit ist das weg? Oh, es geht. Was ist da? Stehe das Fahrzeug mit den Pässen. Ja, machen wir erstmal das. Ich schnapp mir erstmal wieder den Roller. Blup. Okay, das war ich aber nicht. Ja, sorry. Da ist ein Unfall. Ich musste erstmal gucken, dass ich dran vorbeikomme. Ach, Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mhm. Mhm. Wie geil! Hier ist ein Auto, das heißt Landrock und sieht eigentlich aus wie so ein Defender. Der Landrock. Wer kennt ihn nicht? Also kein Landrover, sondern ein Landrock. Ah, ich komme noch nicht rein. Wollen wir nochmal gucken. Aber das ist nicht da, wo ich hin soll. Ich kann da dran hochklettern. Ist ja doch wie Assassin's Creed. So, dann wollen wir nochmal gucken. Noch höher. Hm. Ja. Nee, nee. Wir haben ja nicht die Fitnesstante genommen. Hätten wir die Fitnesstante genommen? Dann ja. Ja, aber nicht mit ihm hier. Hi. Deswegen ist Rauchen ungesund. Ja. Ja. Merkt euch das. Oh, okay. Das interessiert einfach mal niemanden. Ich lauf hier einfach mal so durch, ne? Ja. Ich lauf hier einfach mal. Ja. Ich lauf hier. Ja. Ich lauf hier. Das ist sie. Mach sie es. Ach. Das ist sie. Wir sind hier. Kann ich das irgendwie öffnen oder so? Ging das nicht? Komm raus, dann kann ich rein. Ähm, ja, aber wie komme ich da jetzt rein? Das ist die Frage, kann ich hiermit irgendwas machen? Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Komm doch her. Komm her. Mach die Tür auf. Geht das? Macht der irgendwann die Tür auf? Ja, durch Verbrö... Geht nicht. Ich hab halt keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Ähm, ja, ne? Ähm, ja, ne? Hm. Hm. Ja. Ja. Ja.